so ok die sache haben wir überlebt was man jetzt nicht gesehen hat quasi weil hier ein cut war jetzt dass ich die ganze situation an dieser station doch mal machen musste weil der speicherpunkt hier noch quasi nicht vorhanden das heißt sie hat quasi kurz bevor ich zu diesem Bahnsteig gegangen bin hat er quasi abgespeichert und hier quasi wo ich jetzt stehe dachte er hätte einen gemacht hatte aber nicht jetzt muss ich dir doch mal spielen was er allerdings gespeichert hat ist das inventar da ist die katte kaum noch munition also zum ende hatte ich überhaupt keine mehr und die katte keine stase packs mehr jetzt war ein bisschen ungünstig so jetzt muss ich erst mal gucken wird denn jensein ach so ich bin nach falschen station kann ich aber machen gucken oder ich schon immer so umbauen wird hier funktioniert das klar ist es ein bisschen so wie sie das ist so doofe wir sind weg gestorben und natürlich auch genommen so hier ist eine bank hier ist müll so weit ich auch rausgefunden habe ist dieser quasi origin in game so die karte braucht also zum kommandoton acht war nicht so weit optionale ja so eine option genau optionale mission zum kommandoton die welt zwischen die aber machen weil er kriegt man eigentlich meistens mal kohle mods das werde mir so ein bisschen munition herstellen und ja wie sagt es ist in game mit kann ich fast nicht aktivieren weil dann meinen die extra nicht funktioniert das ist ein bisschen schade aber das wird dann weg mal die ressourcen dafür aber wird immer auf screen halt machen dann habe ich immer ein bisschen ressourcen teilweise coole sachen aber so muss uns kipptig ist man bei erstellen so genau die sind diese talk star das ganze alte mitteil schon verballert okay darauf geschissen so kann ich dennoch immer kurz in mein safe gehen könnte rein theoretischerweise mit einer waffe kann man hier irgendwie verkaufen kann man hier nicht nur demontieren ich werde immer kurz demontieren ob damit ich dann irgendwann mal auf sein mod drin ist tesla innovator demontieren kompakt standard maschinen solar demontieren okay ist einfach nur plasma cutter das strahlvermittler und strahlkanone vermittler mal demontieren so könnte man ein stick stase pakete mitnehmen und dann ist es war noch lange ja noch mehr stase pakete jetzt kann ich auch in diesem kommandotum genau also ist die komplette optional wird ich ja fast schon weiter fahren ich sehe dich gar nicht ich schätze du hast clever genug ist durch meine sperre zu schaffen aber bevor du dir selbst auf die schulter klopft solltest du wissen dass das der leichte teil war dein tag wird noch um einiges schlimmer was kann man denn hier alles so schön hat ein bisschen ja hier sind die dinge noch eingefressen ist die kamera eigentlich gerade so komisch gewesen ok jetzt ist es klar irgendwas schöne tinkt irgendwas ich glaube ich habe eigentlich noch eine zweitwaffe mit das ding so zeigt ja schon wieder stimmt die motion hat eigentlich insgesamt nicht so extrem für oder ok jetzt kann ich schön eben noch einen anderen weg snacken so ich kann noch irgendwas ok jetzt bist du dran da geht der noch nicht da bleibt der ganz abgetrennt so easy peasy jetzt sieht es wie im haus wie sauer die kann man hier brauchen doch kommt mit gleich so ein ding bereit legen naja kann ich mich noch halten ja hier kam noch gleich die naja da zündet die bombe und dann kommen überall so eine fische raus ok Er könnte mich erst mal mit Ressourcen zu entdecken hier. Okay, da war ja. Ja, da haben sie auch Ressourcen. Okay. Irgendwas interessantes. Die kann ich irgendwie rumwerfen, oder? Komm, egal. Aber die machen, glaube ich, nichts. Hier, bräuchte ich. Das ist immer Stase und das andere. Naja, explodiert halt. Na gut, dann nehmen wir mal in seine komische Falle. Komm, ich schiere? Nee. Könnte ich den Gärz schon zünden? Komm nicht, ja. Okay. Nein. Schöne Country-Musik längstens. Okay. Oh. Wilder Vater. Oh, nee, ist ein Spuckner. Hast sie. Ich bin eingesperrt. An einer der Wände muss eine Überlegung sein. Okay. Ich sehe mich dann nach oben, sobald ich nicht mehr angegriffen werde. Ich sehe mich dann. Ich sehe mich dann. Ich sehe mich dann. Oh, da muss ich ein bisschen Overkill. Hoch. Sehr gut. Oh. So. Schießt halt auf mich. Weg. So, den kann ich noch nicht checken, weil ich den auch angegriffen werde. Nehmt mit. Ich probiere es aber erstmal Ruhe. Oder? Das ist ja jedenfalls so. Erste muss ich looten. Okay. Scheinbar war mit einer. Schauen wir mal. Ja. Da nicht, da nicht. Der hier. Mit. War nicht halt so. War hier noch irgendwas zum Looten? Ne, das war Naller. Okay. Dann geht's fröhlich weiter. Ja. Ah. Sicher hast du es voll drauf, alles umzulegen, was dich bewegt. Oh ja. Aber dein tolles Arsenal hilft dir jetzt herzlich wenig. Elektrizität kannst du nicht killen. Ach ja. Dann pass mal auf. Okay. Da wäre noch was schönes. Kleines Medi-Pack. Okay. Ein kurze Bilder. Okay. Oh. Wie denn ja? Na ja. Warum nicht? Komm jetzt müssen wir noch was. Brauch mich wo die herkommen. Sind die an der Decke oder kam die irgendwie runter? So komisch. Oh nein. Ein elektrischer Fall. Ach so, ja genau. Jetzt muss ich hier auf diesen Flux-Compensator schießen. Tja, von wegen Elektrizität kann man nicht killen. Oh nein. Man kann sich ja immer täuschen. Okay. Oh dann. Äh, ich hab mich wohl angeschossen. Okay. Schön, dass die alle so viele Ressourcen in den Taschen haben. Wenn die jetzt schon 3000 Jahre lang tot sind. Nicht ganz 3000, aber. Wie lange waren wir? 200 Jahre oder so? Mal hin. So, wo ist der Flux-Compensator? Ähm. Ähm. Vielleicht hätte ich die noch anlassen sollen. Im Fall, dass ich sie irgendwas... Oh mein Gott. So. Sehr, sehr gut. Jetzt schnell ein kleines Medica nehmen. Ja. Ist das eigentlich auf dem Müll? Ist das ein Wagenheber? Okay. So, okay. Hier ist quasi safe. Hm. Eignung hab ich scheinbar genug. Okay. Ich fühlte die Strom. So, die Munition. Oh, da hab ich noch ein Plus-1-Clip. Oh, so. So, schon von dir gut. Das ist ein Aufzug. Okay, der ist schon oben. Guck mal, die Verheeren haben. Noch mehr Munition. Okay, hier ist ja nicht mehr. Gut, ich hoffe, ich muss mich mal ein paar von denen in den Runden nehmen. Das ist immer ein Gratis-Stase. Obwohl ich Stase eigentlich, wie gesagt, nicht so zwingend oft benutze. Aber jetzt sollte ich mich gleich angewiesen. Wenn die Situation doch mal ein bisschen knapper wird, dann... Das ist nicht verkehrt. So, zum Beispiel. Ja. Voll in den Hoden. Nice. So. Ja, was ist das? So, mit safe. Okay, nice. Gut. Heiter jetzt weiter. So, erst mal die Decke jetzt checken. Ich weiß hier, wie ich auch nicht. Ah. Oder so halt. Nein, die brauchen nicht. Noch nicht. fliegt mir aber gerne mit mir schützt ihr armen noch in dem nicht ich wollte nicht lasst Achso, die Scheiße. Das konnte ich schon aussehen in der ersten. Da muss er die Energie abzapfen. Die Umweltsteuerung ist nicht weit von Ihnen entfernt. Ich sende Ihnen die Koordinaten. Das ist sehr gut. Hier ist schon wieder so ein Ort für Russen, aber ich habe bisher nur ein Bot. So, okay. Kann man hier kein Geld ausschießen eigentlich? Naja. Okay. Ich hätte das vielleicht anlassen sollen, weil eigentlich das Licht eher mein Freund. Was hat mich so geblendet? Das mag ich nicht. So, was wir gucken. Ob ich hier nicht oben ist. Nicht, dass ich hier kopfüber in so einen komischen Strom links drin klettern. So, nochmal hier. Das ist ja immer noch da. Kannst ruhig da bleiben. Warte. Das ist ja auch da einfach durchgerannt. Das ist ja auch frech. So. Und die Dinger sind eigentlich auch mal fies. Also jetzt hier ist ein bisschen Strom. Und sowas kann man einfach mal schnell sterben. Da muss man ein wenig aufpassen. Falscher Schritt. Und man ist weg. Okay. Da kommt man noch später so einige fiese Sachen. Gerade die Passage, wo man dann die Bergbruch klettern muss oder so. Ach, hier brüchte ich in der Torkstange. Ah, klar. Schade. Die haben wir vorhin mal wenigstens in den Bauern können. Da braucht ihr die Munition. Ein bisschen Gel. Wäre cool, wenn hier nochmal eine Bank kommen würde. Dann könnte ich mir vielleicht schon einen Rückweg in der Bauern. Okay. Ich finde die auch leider nicht. Man muss sie wirklich craften. Okay. Die haben Maschine rum. Jetzt ist das schwer. Ja, das macht einen Kampf aus. Erstmal plündern hier. Ja. 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 Ach so. Das blöde Artefakt. Okay. Wo muss ich hin? Nein. Ja. Das noch was. Das ist wahr mit dem Scheiß. Welche Überraschung. Ich kann dich nicht einfach in die Umweltsteuerung latschen lassen. Tut mir leid. Ich muss es nicht gehen, ja. Computer, Sprengstoff scharf machen. Ja, das ist ein Geschicht. Und? Das Geschicht ist safe, es ist genauso. Man sieht es. Ja. Achtung, Kontaminationen registriert. Quarantäne abregend. Schießen hier. So. Er lebt. Oh oh. Die hat sich gleich angeschlichen Das Schwein Ist doch richtig safe halt hier nirgends war ok wo ist denn das ding zum hacken rückers aufmachen können schauen wir aktiviert noch was wir nicht alle miteinander verbinden die batterien miteinander verbinden gleiche symbol und gleiche genau schimmer ja achto kontamination registriert karantäne abregelung aktiviert nacken akzeptiert karantäne aufgehoben bitte melden sie diesen vorgang ihrem vorgesetzten offizier werde ich machen so gab es neken hier holen ich habe gar nicht gehen wir entspannt weiter okay ist stürmisch nachher ok ich sage nicht mehr mal gucken ja ich sag mal sie bist du erst mal zockt aber da ging es nicht weiter wollte ich schon geschafft da texter interessiert mich nicht ich habe ewig rumgerätzt hier was ich noch machen muss und wird es sein kann ich war nicht ich wollte das war alles was ich wollte können sehen auch wenn ich wollte ich versuch der am besten hatte die alle ausgenommen und den dreh sich trotzdem noch weiter und das passt ja nicht auch das muss ich machen oder sonst irgendwas auf die idee kommen wenn das da irgendwie mal einfach mal den spielstand neu laden sollte und wird einfach noch mal machen sollte und dann hat es auch funktioniert sind seine meine man nicht weiß